So, dann gucken wir mal in die Memoiren. Erster Akt vorbei. Hm. Lauf in der Stadt herum. Na dann, 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 dann laufen wir doch mal in der Stadt herum. Lauf, lauf, lauf. Ich laufe. Ich werde alt. Oh. Es ist nicht euer Ernst. Geh shoppen, was für eine Mission. Ich habe einen Schraub und einen Schraub und einen Schraub und einen Schraub. Ich habe einen Schraub. Das ist wirklich ein Schraub. Ich habe mich nicht geholfen, aber... Ich habe keine Chance. Ich werde es nur die Woche beinhalten. djl k asian mann karamelsauce oder hiroma nikola entweder der verdammt schlechtes gedächtnis oder die leute denken wir haben seltener viertel das war doch warum gibt es mir immer noch diesen kreis ich muss doch ins seltener viertel ich verstehe es nicht und immer dran denken das leben ist wie eine pralinen schachtel man weiß nie wer einen über den haufen rennt ich meine ich könnte mich auch teleportieren was vielleicht wesentlich cleverer und schneller wäre aber nö Prozent fünf Jahre später um ja wo ist der Magie Shop halt mich doch nicht zwischendrin auf wenn ich dahin will ist die Dichtierung ne das ist Doktor Kupus Haus da wollen wir nun nicht hin ist die Dichtierung ne das ist es auch nicht ist die Dichtierung da haben wir es doch hallo übrigens an alle die gerade zuschauen sehr schön euch zu sehen ach da haben wir es ja und wir brauchen zehn Stück juhu jetzt darf ich wieder zurück rennen ein ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt bin ich froh, dass er nicht so langsam ist wie Käthe damals Also bei Käthe damals, ja, kann man nicht sehr schnell voran Herausforderung dafür war aber auch, Stadt war nicht sonderlich groß Demnach musste der Kleine auch nicht schnell sein Der Typ ist aber noch nicht da, okay Ähm, ich muss jetzt hier lang Klopsch zumindest mal Äh, nö, da kloppen wir mal falsch, okay Dom, ja, was habe ich an Dom auch nicht verstanden So ziemlich alles wahrscheinlich wieder Der Kiosk, ist der hier hinten? Nee, ist natürlich nicht da hinten in der Ecke Doh Yo, buddy Ja, genau, das ist sicher, dass du Amt in der Schule Dankher CORPsetzen Was, wenn du die Gaspers� Und wenn du hierher, was barriere, dann Ja, das ist doch nicht so, was du Hast du, wie du sie mit dir gemacht hast? Was? nicht nur pg-no-jagte der gott moe obo e de oe da hohe e tomo kero na so renni stemo was paar monatze also ina doch stammdaro so tomell gackte Jetzt sag mir nicht, ich muss den Shop managen. Bitte sag mir das nicht. Bitte sag mir das nicht. Ich habe keine Ahnung, ich kann nicht. Wir müssen jetzt mal kaufen. Das ist ja nicht so, was ich. Es ist nicht so, was ich? Oder ist es ein Problem? Ist das nicht so, was ich? Ich kann nicht so, was ich. Also, ich bin gut. Manage ist wichtig, dass man es wichtig ist. Ich sage dir das gerne. Ich bin ein kleiner Schüler. Das war ja irgendwie klar. Oh sie nicht lösch! Oder auch nicht. Ich glaub sie könnte niedlich sein. Wenn die Grafik besser wäre. Ja was suchst du denn? So viel zu dem Thema manieren. Das war ja. Ich weiß nicht, was ich. Ich weiß nicht, was ich. Ich weiß nicht. Ich war Saku für heute. Saku für heute? Saku ist meine姉. Diese PC hat Saku für heute. Sie sind mit einem anderen PC. Ja. Und dann habe ich das Geld für heute. Ich habe meine姉. Das ist eine Schmerzige姉. Ja, das ist gut. Ich wollte es für Saku für heute einen Präsenz zu kaufen. Das ist für heute? Ich habe es für heute einen Präsenz. Das ist für heute ein 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 Präsenz. Ja, danke. Der Tod auf zwei Beinen. Ich habe das Reaktion, mit einem Reaktion. Ich habe einen Reaktion, mit einem Konzonen. Das ist so schlimm. Wenn ich mich nicht so richtig買, dann gehe ich da! Ich habe das Wort, aber ich habe es wirklich gekauft. Ich habe das Schöpfe für die Dengren. Ich habe das Schöpfe für die Dengren. Was ist das Schöpfe für die Dengren? Ich dachte, du hast zu tun, Kuhn. Ich habe nur noch 1,5 Minuten langsamer, dass du dich selbst selbstverständlich fühlst. Nein, Kuhn. Ich habe keine Angst, dass ich nur die Kuhn im Augenblick aufzunehmen. Ich habe keine Angst, dass du dich selbstverständlich fühlst. Schwester Okay, das ist zweideutig. Okay, das ist so. Hey! So, Kuhn... Sie waren eigentlich die Gildemaster, oder? Die Gildemaster der Kanaadu ist ein ganzes Wettbewerb. Er hat sich die Wettbewerb auf die Welt geführt. Er hat sich die Gildemaster für die Gildemaster für die Gildemaster. Ich habe die Gelegenheit von Kuhn-Demskonferen. Ich habe die Einladung für mich, dass ich mich, oder was Kuhn-Demker zu schmieren. Er hat mir viele Erfahrungen von Kuhn-Demker gefordert. Du hast mich, es ist ein Gelegenheit zu sagen. Das war's für mich. Wenn du nicht mit dem Kuhn kennengelernt hast, dann wirst du nicht mehr so spielen. Ja. Wie soll ich das? Wenn du nicht in der ersten Zeit gespielt hast, wenn du nicht in der O-Bahn kam, wenn du nicht in der O-Bahn kam, wenn du nicht in der Sino kam, wenn du nicht in der Drei-Edge kam, wenn du nicht in der O-Bahn kam, wenn du nicht in der O-Bahn kam, wirst du nicht in der O-Bahn kam? Haseo, wie hast du das? Nein. Kuhn hat sich nicht, dass die Kanaad nicht in der O-Bahn kam. Warum Kuhn hat sich die Kanaad nicht in der O-Bahn kam? Ich weiß nicht, aber... dass du nicht in der O-Bahn kam. Ich weiß nicht, dass du nicht, dass du nicht in der O-Bahn kam, dass du nie bei mir verleicht. Je weiß nicht, wenn du nicht in der O-Bahn kam, hast du nicht in der O-Bahn kam? Ich verstehe, hat dich nicht in der O-Bahn kam... Ich glaube nicht, also habe ich aus. Aber wir OS-Bahn kam, Du bist schon seitdem, seitdem du schon seitdem bist, oder? Du bist nicht in meinem Haus. Hä? Das ist dein Haus, der Haus, der Haus? Haha... Okay, okay... Ah, das ist Haseo. Vielen Dank. Ich habe es nicht gewollt. Das ist nicht so. Genau, Haseo-Santara. Nein! Damit ist sein Ruf im Arsch! Ich glaube, es ist ein Ort, der sich im Arsch! Hey, Haseo! Nicht in Kanada? Was? Haseo, ich glaube, es ist ein Riedership. Das ist gut! Hey, hey! Wir gehen zusammen! Ist das gut, Haseo? Ich bin schon mal. Wie viele Mitglieder hat die Gelder? Zwei! Drei mit mir! Wie viele Mitglieder hat die Gelder? Zwei! Drei mit mir! Und so kam eines zum anderen! Oh Mann! Ich habe Post! Mal wieder! Das geht ja hier Hand in Hand und so! Oh Mann! Kann ich hier immer noch verkaufen? Nee, natürlich nicht! Das Spiel mobbt Haseo ganz schön! Achso, deswegen... Was ist denn das für ein Name? Tiefe... Die... Die... Tiefe... 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 Nee, das ist nicht! Entschuldigung! Ich wollte auch mal unklever sein! Ich muss gleich mal zu meinem Kühlschrank rennen, der ja immer noch am Abtauen ist! Warum renne ich eigentlich hier hin, wenn ich mich einfach nur auslocken muss? Hm... Jetzt habe ich sicher wieder wichtige, genau, wichtige E-Mails im Postfach! Uh, Community Forum! Was ist es diesmal? Word! Neue Deckdaten? Danke! Oh! Danke an den netten Kerl im Shop! Danke für die Flockenblume! Saku war dankbar! Sie mag wütend ausgesehen haben, aber ich weiß, dass sie sich wirklich gefreut hat! Da Saku glücklich ist, bin ich auch glücklich! Das habe ich dir zu verdanken! Also, danke! Werde ich dich im Gildenshop wiedersehen? Ich werde das Geld zurückbringen! Warte also bitte auf mich! Ich entschuldige, wenn ich so lange brauche, um das Geld aufzutreiben! Aber ich möchte es dir wirklich zurückzahlen! Mach dir bitte keine Sorgen! Nun, das war's für Erste! Von Bo! PS! Lass uns mal gemeinsam spielen! Das ist toll! Das ist irgendwie süß! Vor allem, dass er so Danke sagt! Ich frage mich aber immer noch, woher er Haseos Namen wusste! Naja gut, Online-Spiel, da kann man das eventuell sehen, aber... Du hast deine neue Mail, diese Sache! Hey, alles klar? Also, wir sind endlich für diese Sache bereit! Ich warte vor Chaos-Tor von Mag-Anu auf dich! Also, lad mich ein, wenn du soweit bist! PS! Was den Vorfall auf dem Marktplatz angeht, könntest du Pi nichts darüber sagen? Bitte, bitte, bitte! Äh, Pi! Hey, du! Hör mal! Ich musste da was erzählen! Oh, es gibt keine Grußkarten zum Senden! Schade! Und das ist das Adressbuch! Oh! Mir fällt gerade auf, wir haben hier bei den Leuten so Herzchen! Aha! Ja, da bin ich ja mal gespannt! Aber, wir haben schon lange nicht mehr gespeichert! Wie man sieht, wir waren das letzte Mal Level 4, als wir gespeichert haben! Jetzt sind wir schon weit über Level 4! Wir sind jetzt nämlich Stufe 10! Und spielen bereits seit... Wow! 5 Stunden! Ich hab doch gestern gar nicht so lange gespeichert! Ach, heute hab ich ja auch noch mal beim Lesen Zeit verschwendet, richtig! Mal gucken mal, ob das jetzt endlich geht! Nöp! Okay! Dann, äh, lasse ich euch mal erst mal hier... ... ...